Brenner Monster Truck, was ist hier los? Hä? Was ist passiert nur hier? Alter, alles durcheinander, guckt euch das an. Oh mein Gott, mit 15 Leuten hier im Arcade-Mode geht alles hier im Bach runter. Oh Gott, da verlieh ich komplett den Überblick. Oh Gott, was passiert hier? Da fliegt einfach jemand rum. Oh mein Gott. Alter, was ist hier los? Guck dir das an. Junge, das reinste Chaos. Oh mein Gott, was ist das für eine verrückte Folge? Was hab ich hier mal angestellt? Wir sind hier wieder in Bombi Live, Freunde. Und seht mal, wir sind hier in Bombi Live. Und aber guck mal, wie viele Leute. Wir sind tatsächlich, wir sind glaube ich 15 Leute. Und ich bin hier der Admin. So, ich steuere die ganzen Sachen hier. Ich beobachte die Mitspieler und schaue zu, wie sie diese Rennen machen. So, also schauen wir mal, was wir hier machen werden. Okay. So, also ich helfe den Mitspielern hier, wie ihr sehen könnt. Wir machen den klassischen Bombi Run. Okay. Und ich schaue zu, wie die Mitspieler hier durchkommen. Okay. Also lasst uns mal kurz schauen, den klassischen Run. Okay. So, also ich als Admin quasi hier, der Herrscher dieser Welt, werdet ihr mal zuschauen, wie wer abschneidet. Okay. Also, bei neuen Kräften schwebe ich dahin und schaue zu, wie all diese Leute hier. Schaut mal, guck mal, wie viele, wie versammelt sind. Alter. Das ist eine riesige Gemeinschaft hier. Alle versammelt sind, so. Alle rennen los, okay. Und wir, ich bin als Admin quasi, ich steuere dahin und schaue denen zu. Ich feuere sie an. Let's go, Leute, das schafft ihr, das schafft ihr. Komm schon, komm schon, jawohl, jawohl. Jawohl, das schaffen die. Guck mal, wie die vorangehen, jawohl. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Oh, das Mädchen hier vorne, das ist richtig stark. Guck mal, das geht hier richtig ab. Oh, das scheint ein Profi zu sein, das Mädchen hier vorne. Oh ja, oh ja, sehr gut, sehr gut. Das macht sie sehr gut. Schaut mal. Oha. Das ist abgefahren hier. Mit meinen Kräften hier. Leider kann ich ihnen nicht helfen. Hab schon probiert. So. Sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Das machst du sehr gut. Ich kann sie hier nur anfeuern und denen dabei zuschauen. So, mal schauen. Alter, das macht sie echt super. Guck mal. Wichtiger Profi. Also, das ist abgefahren. So. Oha, die andere Leute. Ich muss mal den anderen Leuten gleich helfen. Schau mal zu, ob sie durchkommt. Alters Mädel ist wirklich eine Heizarmass. Hier. Füllt es an, wie gut sie durchkommt. Das hätte sie nie was anderes gemacht. Also, da muss ich auf jeden Fall gratulieren hier. Zum Sieg. Das ist ja abgefahren. So, herzlichen Glückwunsch. Also, das ist wirklich sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht auf jeden Fall. Sehr krass. Alter. Also Leute, schaut mal. Hier kann ich all den anderen Leuten helfen. Beziehungsweise auch nicht. Weil, leider kann ich sie nicht greifen. Ich würde ja gerne helfen, Leute. Hier, schaut mal. So, Leute. Springt auf mich drauf. Oh nein. Ich kann euch leider nicht greifen. Ich kann euch leider nicht packen. Guckt mal. Zack. Oh. Nein. Oh nein. Leider stürzen sie ab. Das ist so ein bisschen blöd. Aber sonst. Tja, als Admin kann ich leider nur zuschauen in der Welt. Oh no. Oh no. Oh no. Also, was für eine abgefahrene Runde. So, das ist richtig abgefahren. Hier als Admin quasi umzusteuern. Und zu schauen, wie die anderen hier befallen. Guck mal, wie viele Leute. Wir sind jetzt so abgefahren. Wir sind, glaube ich, 15 Leute oder so. Das ist so heftig. Alter. Okay. So, Leute. Schaut mal. Wir sind so viele Leute. Hier im Multiplayer. Alter. Guckt euch das an. Wir sind so viele Leute. Alter. Richtig gut. Richtig gut. So, Leute. Also, was machen wir zusammen? Kein Problem. Kein Problem, Lungs. So, Mädels. Genau. Hide and Seek. Ja. Genau. Das machen wir, Leute. So. Wir machen hier die Dings Village. Und spielen mal. Okay. Okay. Es geht direkt los, Leute. Alter. Guckt mal, wie viele Leute wir sind. Oh my Gott. Das ist komplett voll. Der ganze Server ist voll. Oh, der muss suchen. Okay. Okay. Der gute Theo muss suchen hier. Der Kürbis Mann. Okay. Wir verstecken uns alle. Alter. Das ist so aufgefallen. So. Ich habe mich gerade natürlich hochschweben. Ciao, Leute. Macht's gut. Juhu. Ich überblicke alles hier. So. Mal schauen, wer sich wo versteckt. So, Freunde. Kann ich euch helfen? Oh nein. Oh nein. Leider kann ich sie, glaube ich, auch hier nicht greifen, oder? Ich kann es mal probieren, ob ich sie greifen kann. Aber ich glaube leider nicht. Man kann leider hier nichts anfassen. Ich glaube leider geht es nicht so. Schade, schade, schade. Ich sage goodbye und schwebe die Lüfte. Ich glaube, er wundert sich jetzt. Das Atmen ist gar nicht so leicht. Das ist gar nicht so, gar nicht so hier durchzukommen. Wir schauen mal. Also, was habe ich hier alles? So. Jetzt kann ich mal überblicken, wo sind all die Leute versteckt? Okay. Haben wir hier jemanden? Oh, da versteckt sich der Schneemann. Schaut mal. Oh je, oh je. Der Schneemann in der Hütte. Oh je, oh je. Oh je. Okay, wann haben wir noch? Oh, das Mädchen, was so gut performt hat. Oh, sie hat uns leider verlassen. Schade, schade. Wen haben wir hier noch? Da heißt er suche, Freunde. Er ist unterwegs. Er schafft es. Let's go. Jawohl, sehr gut. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ja, leider kommst du nicht aufruf, oder? Winke, winke. Hi. So. Ja, ich komme gleich runter. Kein Problem, kein Problem. Wollte ja nicht komplett unfair sein. Okay, dafür helfe ich dann dir. Okay, so. Da ich nicht unfair komplett bin, möchte ich den anderen natürlich helfen. Ich suche da es nämlich nur allzu schwer. Ja, jawohl, jawohl, den kriegst du, den kriegst du, jawohl. Hau ihn, los, los, los. Let's go, let's go. Gleich hast du ihn, gleich hast du ihn. Schnapp ihn dir, schnapp ihn dir. Hier oben ist einer. Hier oben, schau mal, hier oben. Jawohl, schnapp dir das Alien. Schnapp dir das Alien. Jawohl, 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 jawohl. Schnapp dir das Alien. Sehr gut. Wenigstens kann ich dem Such helfen ein bisschen. Wenigstens etwas. So, okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, okay, wen hat er hier noch? Wen hat er hier noch? Da hinten ist einer. Ja, so, ich mache natürlich nicht unfair das ganze Spiel. So, zack. Oh, jetzt hat er mich natürlich erwischt. Hahaha, der gute Theo. Sehr gut. Okay, wie kann ich den Leuten auch helfen? Lass mal schauen. Kein Problem. Ich habe mich halt gut gestellt. Sehr gut. Zwei Leute haben überlebt. Okay, nicht schlechte Runde. Vielleicht können wir mal schauen, was wir noch als Atmen alles treiben können. Ob wir uns ein bisschen was ercheaten können, indem wir ein bisschen rumspringen. Bzw. noch höher springen können. Diesmal nicht rumfliegen, das ist ja ein bisschen zu weit unfair. Sonst kriegen die mich ja niemals. Oh, diesmal bin ich der Sucher, Leute. Oh je, oh je, Leute. Da habt ihr was ausgedacht, euch, hä? Das wird nicht leicht. Hehe, mich als Sucher zu haben, ist nicht so leicht. Der Sucher ist der Atmen. Oh, mal gucken, wie das jetzt sein wird. Let's go, würde ich sagen. So, Kette ist auf. So. Zack, erstmal die Kleinen hier. Wir stehen hier rum. So, und raus hier. So, wer ist hier alles? So, also Kollegen. Oh, oh, zack, wie schnell in der Luft. Tja, gegen Atmen hat er alle keine Chance. So, zu zweit. Machen wir, hocken wir das Ding hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wo sind die ganzen Leute? Hier ist der Atmen, Leute. Oh, da ist jemand oben. Da können wir direkt mal eingreifen hier. Machen wir direkt Sprunghöhe höher. Ein bisschen mehr schneller laufen. Und zack. Hui. Natürlich können die Leute dann auch schnell laufen. So, zack. Das Ganze ist nämlich nicht mehr so leicht. Hup. Dreifache, dreifache, schnell, schnell Geschwindigkeit zum Laufen. Wieder abgehen. Machen wir direkt mal wieder aus. Das wird's hier zu viel. Oh nein, die können alle hochschweben. Hahaha. Hahaha. Ich bring dir, ich bring alles durcheinander. Guckt euch das an. Er möchte entkommen. Ja, wir bringen hier alles durcheinander, Leute. So. Ach mir, ja. Und hat Sprung, so. Perfekt. So, mal gucken, wer jetzt entkommen kann. So, der eine Kollege ist irgendwo da hinten. Oh, hallo. Was macht ihr denn hier? Hallöchen. So, Zeit zum Fangen. Hui. Zack, erwischt. So, jetzt darf niemand mehr hochspringen. So, die Zeit ist vorbei, Leute. Genug umgetrieben hier. Der Admin gewinnt jedes Spiel hier. Hahaha. So. Niemand hat eine Chance gegen den Admin. Zack. Und zack, erwischt. Und, Kollege. Schnürschuh erwischt. Zack, ein Nacht an, dann kriege ich euch alle. Oh, das Elien. Wendet er weg. Oh, hallo. Hallo, mein Elien. Hahaha. So, ich glaube, wir haben alle tatsächlich alle erwischt. So. Oder? Jetzt fehlt noch einer. Wo fehlt noch einer? Stopp. Wo fehlt noch einer? Ich glaube, wir haben alle erwischt. Okay. Also gut, dann haben wir das Spiel tatsächlich gewonnen. So, als Admin, Leute. Junge, guckt euch das an. Als Admin gewinnt man hier das Spiel. Das ist unglaublich. Alter. Mit der kleinen Hilfe hier vom Theo, den guten, haben wir tatsächlich das Spiel hier gemeistert. Natürlich mit dem Admin recht. Aber ja, was soll man sagen? So, darum geht es ja diese Folge. Let's go, Freunde. So, möchte mich immer der, der gute, der möchte ja zu Ende, zu Ende gehen, nicht anfassen. Möchtest du nicht? Komm, einmal, einmal Hand schütteln, okay? Okay, einmal Hand schütteln. Einmal die Hand schütteln, okay? Einmal nur die Hand schütteln. So, komm schon. Och, komm. Let's go. Let's go. Lass den Admin nicht hier gewinnen. Wenn der Admin. Komm, lass dich einmal umarmen. Einmal umarmen, okay? Jawohl. Es ist durch. Es ist durch. Wir haben es geschafft. Alter. Was für eine krasse Runde. So, Admin hat man so einiges drauf. Damit die Leute nicht so, nicht so genervt sind. Ich glaube, denen gibt es ein bisschen was geschenkt. So, so, lass mal kurz schauen. Gute Leute, hier muss ich ja irgendwas herzaubern. So, ich glaube, ich zauber den Leuten hier mal ein paar Autos hin. Damit das Ganze ein bisschen spaßiger sein wird. So. Ein bisschen, damit die Leute hier ein bisschen Spaß haben. Let's go, Leute. Ein paar verrückte Autos herzaubern. Haben, glaube ich, alle Spaß. So, Leute. Monster Truck. Wer möchte noch ein Auto? Wer möchte noch ein Auto? Wir machen ganz ein Serverchen komplett durcheinander. Alter. Jeder kriegt ein Auto, Leute. Schnappt euch alle ein Auto. Das wird jetzt so verrückt hier werden. So. Jeder kriegt ein Auto. So, Leute. Schnappt euch die Autos. Schnappt euch die Autos. Hier ein kleines Motorrad. Uh. Guck mal. Jeder für jeden Motorrad. So. Jeder kriegt ein Polizeiauto. Hier. Hier, Leute. Hier, Leute. Jeder kriegt irgendwas. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Wir sind das Störer von den kompletten Serverchen. Was ist durch ihn los? So, das Admin ist es sehr brutal. Guckt euch das an, Leute. Was stelle ich hier noch für ein Chaos an? Es brennt hier alles. Oh, mein Gott. Und brennt der Monster Truck. Was ist hier los? Hä? Was ist passiert nur hier? Alter. Alles durcheinander. Guckt euch das an. Oh, mein Gott. Mit 15 Leuten hier im Arcade-Mode geht alles hier im Bach runter. Oh, mein Gott. Da verliert ich komplett den Überblick. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. So. Junge, Junge. Da stimmt mir Theo auf jeden Fall zu. Das ist komplettes Chaos. Oh, Junge. Oh, Junge. Ich glaube, damit haben wir eine gute Leistung geschafft. Und ja. Ganz schön viel Chaos hier angestellt. Guckt euch das an. Allein dieses Chaos hier. Oh, Gott. Was passiert hier? Da fliegt einfach jemand rum. Oh, mein Gott. Alter, was ist hier los? Guckt euch das an. Junge, das reizte Chaos. Oh, mein Gott. Was ist das für eine verrückte Folge? Was habe ich hier mal angestellt? Als Atmen stellt man so ganz blöde Sachen an. Alter. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das ist verrückt. Also, so ein Video. Falls ihr so ein Video nochmal haben wollt, Leute. Gebt ein Like und schreibt gerne einen Kommentar. Und vergessen, ein Abo nicht da zu lassen. Junge, das ist so verrückt hier. Das ist ja crazy. Da werde ich hier komplett auseinandergenommen. Oh, mein Gott. Also, ich kann es kaum abwarten. Bis zur nächsten Folge, Leute. Bis dahin. Macht's gut und tschüss.